Immer wieder freitags gibt es die Brettspiel-News, frisch von Dennis und mir zusammengetragen. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Und am Freitag präsentieren wir euch in gewohnter Manier die News aus der Brettspielwelt und da starte ich direkt durch. Die Videos in eigener Sache. Gestern das Regelvideo zu Drachenhüter online gegangen. Morgen folgt ein neues Grimmyspiel mit Gwen und Dennis und das Video am Sonntag sollte eigentlich ein Speed-Dating werden. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob das auch online gehen kann, denn Dennis und Steffen hatten da technische defekte Probleme und sind dabei es zu fixen. Wenn nicht haben wir eine Alternative für euch am Sonntag und am Montag gibt es dann ein neues Aufgetischt von und mit Flo. Kommen wir nun zum Bereich aus der Szene. Die Nürnberger Spielwarenmesse war in der letzten Woche. Leider war von uns sucht dies zeitlich keiner vor Ort. Nichtsdestotrotz gibt es einige Artikel auf bretspiel-news.de auch zu den Neuheiten, die es dort zu sehen gab. Und die habe ich euch verlinkt. Unter anderem gab es zu sehen die neue große Ankündigung, die Dennis und ich letzte und vorletzte Woche schon in den News hatten. Nämlich Lego und Asmodee Building Board Games Together Monkey Palace. Und irgendwie sieht das super super fancy aus, mit dem Lego System entsprechend ein Brettspiel zu realisieren. Und da gibt es ein Interview mit entsprechend einer Verantwortlichen und das ist auf bretspiel-news. Ich möchte jetzt auch gar nicht so genau darauf eingehen. Ich habe euch allerdings den Artikel natürlich verlinkt, wenn euch da das ganze Thema interessiert. Die nächste Meldung ist Dominion und das lässt sich aktuell online kostenlos spielen. Über Steam hat man die Möglichkeit, den Klassiker und das Spiel des Jahres 2009 kostenfrei zu spielen. Die Erweiterungen gibt es als DLCs per Steam mit einem Rabatt von 15 Euro. Allerdings das Komplettpaket aktuell für 133,22 Euro. Das ist schon ein Wort. Wer auf dem Handy oder Tablet unterwegs ist, muss nur 99 Euro bezahlen. Wer das Ganze möchte und wer mehr dazu wissen möchte, dem habe ich das Ganze entsprechend verlinkt. Ja, jetzt geht es weiter in den Bereich Crowdfunding. Kickstarter baut ab in den letzten Jahren. Da geht es abwärts. Da gibt es auch entsprechend einige Zahlen und einen Artikel auf Brettspiel News. Nämlich die Einnahmen von Kickstarter sinken wohl im zweiten Jahr nacheinander. Nun, das liegt natürlich auch an starken Alternativen, wie zum Beispiel GameFound. Und Brettspiele waren ja in den letzten Jahren auch ein Stück weit mit das Erfolgreichste auf Kickstarter, was es so zu finanzieren gab. Da hatte ich auch mal in der Vergangenheit einen Artikel, beziehungsweise darüber berichtet, wie viel Prozent der erfolgreichsten Kickstarter den Brettspiele sind. Und das sind gar nicht mal so wenige. Den Artikel habe ich euch verlinkt und jetzt gehen wir direkt zum Bereich Crowdfunding mit Dennis. Starten wir mit Kickstarter und zwar Menakshi Temple. Ein Spiel mit 3D-Elementen. Beziehungsweise, ja, das Spiel hier ist von den Machern Schwili oder Schwili Games, genau. Und ihr werdet sozusagen der Master Architekt. Es geht darum, es ist ein Strategiespiel für 1-5 Spieler ab 10 Jahren 45-60 Minuten. Ihr habt ja hohe Playerinteraktionen, schnelle Runden, zugängliche Regeln und hohe Widerspielbarkeit. Hier seht ihr so ein bisschen die 3D-Modelle. Ja, es geht darum, dass ihr hier die Teile für euer Konstrukt erarbeitet und dann natürlich in die Höhe baut. Es kann sogar bis zu sieben Stockwerke hochgehen. Ähm, hier gibt es noch eine Shiva Mini-Expansion. Ich zeige euch das mal hier anhand dem Gameplay. Ja, auf jeden Fall habt ihr hier Worker Placement. Je nachdem, wo ihr euch hinsetzt. Ihr seht auch immer die Aktionen, die ihr machen könnt, haben die eine entsprechende Stärke. Dann nehmt ihr diese Tempel oder diese Säulen und stellt sie dann hier auf das, ähm, ja, auf die Karte. Diese müsst ihr natürlich auch euch besorgen und da oben drauflegen. Und dementsprechend bekommt ihr noch weitere Karten, um alles zu verbessern. Dann habt ihr hier Belohnungen mit der Shiva-Statue, die dann noch Sachen verändern und so weiter und so fort. Ihr seid hier mit einem Standard-Pledge von 37 Euro schon mit dabei, beziehungsweise 47 Euro. Im Oktober 2024 soll das Ganze ausgeliefert werden. Sprache ist allerdings Englisch. Die Versandkosten belaufen sich hier auf 15 bis 17 Euro und bis zum 28. Februar habt ihr Zeit, Menakshi-Tempel zu unterstützen. Es ist wieder Zeit für die nächste Runde Stefan Feld Collection Nassau und Kathmandu von Queen Games. Das siebte und das achte Spiel ist jetzt hier bereit. Nassau ist für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahre, 90 bis 120 Minuten, bei denen es darum geht, ja, ihr seid Piraten, bewegt euch hier auf ganz interessante Art auf diesem Board entlang, indem man hier sozusagen gewisse, ja, Anzahl an Männchen hier herstellt. Dann wird dieser Herr hier hingestellt. Ihr nehmt euch die Sachen, dann kommt der Nächste, baut das da hin und des Weiteren belagert ihr so euer Schiff und reist dann hinaus, um natürlich weitere Punkte zu machen. Das mal hier zu Nassau. Hier sieht man natürlich alles Mögliche an Material. Dann haben wir hier natürlich noch Kathmandu für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren, 75 bis 120 Minuten. Und da bewegt man sich auch durch Würfel auf diesen Feldern entlang und dementsprechend muss man Ressourcen abgeben, bekommt Ressourcen und versucht dann hier, sieht man das so ein bisschen, ja, das meiste daraus zu ziehen. Ich glaube, dass Kathmandu ein bisschen anspruchsvoller ist als das andere. Auf jeden Fall sind das keine Expertenkracher diesmal. Wir haben hier die 74 Euro Classic Kathmandu und 74 Euro Classic Nassau. Und da geht natürlich alles weiter nach oben. Im Oktober 2024 soll es dann ausgeliefert werden. Versandkosten liegt dann, je nachdem, was ihr nehmt, zwischen 18 und 70 Dollar. Und ja, Zeit habt ihr dann, bis zum 29. Februar eines oder beide der Spiele zu unterstützen. Ja, kommen wir nun zu The Battle of Throws Cliff 2, a North Mythology Boardgame. Sprache, Deutsch und Englisch ab 14 Jahren, 35 Minuten pro Spieler, 24 Spieler bleibt nochmal noch bei den, ähm, ja, Angaben. Timo Z ist wieder am Werk, erste Expansion. Es gibt vier neue Helden, drei neue Kapitel, eine neue Variante für das Basisspiel. Air Control, Area Control, Pickup and Deliver, Character Development. Das ist ja nach wie vor gang und gäbe hier. Was ihr jetzt habt, ihr habt hier die Scrollings, die sozusagen auch heilen können, klettern können. Ihre Wölfe haben, Bären haben, äh, also ganz cool. Dann hier neue Encounter mit Agraboda und the Giantess, ähm, bei der die Geschichte noch weitergeführt wird. Hier sieht man auch The Battle of Throws Cliff, achso, ähm, in Englisch und German. Ja, okay, das habe ich ja schon gesagt. Auf jeden Fall etwas, was noch asymmetrischer die Fraktionen mit reinbringen. Falls ihr das Video von mir noch nicht gesehen habt, da habe ich ja so ein bisschen, ähm, Let's Play gemacht und natürlich erklärt, wie das Spiel geht. Ähm, und da gab es ja auch schon ein bisschen Informationen, wie denn die neuen Leute hier, ähm, sind. Da sieht man hier alles, was es dazu gibt mit den neuen Sachen und Miniaturen natürlich. Je nachdem, was ihr da unterstützen wollt. Ja, ihr seid schon mit einem Pledge von 70 Euro mit dabei. Im Februar 25 wird es dann ausgeliefert und die Versandkosten liegen zwischen 8 und 10 Euro. Ja, wenn euch das interessiert, ihr habt bis zum 1. März Zeit Throws Cliff oder die Schlacht, um Throws Cliff 2 zu unterstützen. Bei GameFound haben wir folgende Sachen, natürlich vieles, was hier, ähm, exclusive ist, was noch aktiv ist, aber das ist alles Pledge-Manager-Material, was es hier zu sehen gibt, was ich interessant finde, aber vielleicht auch eine spezielle Spielergruppe anspricht. Und zwar die Solospiele von Salt & Pepper, ähm, Conservas, äh, Spiel, ein, ja, ein Backbuilder, äh, der 25 Minuten geht, ab 14 Jahren, Sprache ist, äh, Englisch und Spanisch, aber, ähm, man sieht hier so ein bisschen, wie das funktioniert. Da sind, okay, gut, da sind schon ein paar Texte auf den Karten drauf, aber ich glaube, ansonsten ist das gar nicht so schlimm. Also ihr habt hier eine Phase, in der ihr im Säckchen, aus dem Säckchen die, die Tokens zieht und dann hier das, ähm, verbauen müsst. Ihr braucht, wie gesagt, ein, äh, es ist schön, dass hier so ein Ringbuch ist, das heißt auch Variation, denke ich mal. Ähm, ihr müsst das hier auf dem Land auch speziell einsetzen und eben eine gute Waage von, ähm, ja, Rettung und Verschmutzung auch beachten, ne, ähm. Und, ja, müsst ihr halt jedes, jede einzelne Sache hier beachten. Ja, ihr seid schon mit einem Pledge von 23 Euro mit dabei, ähm, im Juli 24, ähm, soll es dann wohl ausgeliefert werden. Die Versandkosten liegen bei, ähm, was haben wir hier, die Versandkosten liegen bei 9 Euro, das wollte ich sagen, genau. Und bis zum siebten, dritten habt ihr Zeit, hier Conservas zu unterstützen. Ja, bei der Spiele-Schmiede hat sich in letzter Sekunde, äh, noch etwas getan. Justice und Shang-Guo, oder Shang-Guo, Shang-Guo, so, äh, ist das, was noch neu ist. Dazu erzähle ich euch jetzt gleich, ansonsten sieht man hier die typischen Spiele. Bei Justice handelt es sich um ein thematisches, kompetitives, asymmetrisches Tableau-Buildingspiel, das aber auch Stichspielelemente mit drin hat. Ab zwölf Jahren, drei bis fünf Personen, 45 Minuten. Ja, hier sieht man das so ein bisschen, äh, man versucht den anderen natürlich auszuspielen, Informationen über ihn zu sammeln. Ähm, hier sind ein paar Spielregelsachen, aber da muss man sich ein bisschen genauer reinlesen, reingucken. Im Oktober 24 soll es dann ausgeliefert werden. Es hat auf jeden Fall diese coolen Karten hier, ähm, mit Rechtsprechung. Ähm, genau, es ist von Ren Multameki und illustriert von Sampo Yumisco. Und, ja, Fantasy-Thema auf jeden Fall. Mit 27 Euro seid ihr da mit dabei. Ist natürlich auf Deutsch und Dragon Dawn Productions, äh, die machen das aus Finnland. Und, ja, Zeit habt ihr dafür bis zum 21. Februar. Der zweite Titel ist, äh, Zhang Wu, das erste Kaiserreich. Und, ähm, ja, das ist, äh, für ein bis vier Spieler, 60 bis 120 Minuten ab 14 Jahren. Und ist so ein bisschen die Fortsetzung, glaube ich, für die Zheng He, ähm, für das Spiel. Ähm, und zwar, das ist jetzt aber Giant Rock, die jetzt hier, ähm, ja, ein strategisches, äh, Spiel hier herholen. Bei dem es, äh, darum geht hier, ähm, wo hat man denn hier, genau, Karten ziehen. Ihr müsst Karten spielen, um die Vereinigung und Unruhen hier, äh, in Schach zu halten. Ähm, ähm, natürlich gibt es Hofaktionen. Ihr könnt hier Amtspersonen rekrutieren, Lebenselixier suchen, ne, wer sucht das nicht? Ähm, den Gouverneur einsetzen, Arbeiter rekrutieren. Das Typische, was man hier so alles macht. Kartenfähigkeit natürlich nutzen. Terrakotta-Armee spielt hier auch eine Rolle, Vereinigungsbelohnung, also da passiert einiges. Solo-Modus hat es natürlich auch. Ähm, das Ganze soll dann im Juli 24 erscheinen. Und, äh, mit der Standardversion von 59 Euro seid ihr da dabei. Deutsch natürlich. Und, ähm, Zeit habt ihr für das Spiel bis zum 5.3. So, ich würde sagen, wir wandern wieder zu dir, Benni. Zurück, äh, aus dem Bereich Crowdfunding schauen wir in den Spieltraum-Shop. Und da sehen wir diese Woche zumindest nichts Neues. Da schauen wir dann nächste Woche wieder rein, aber diese Woche keine neuen Spiele verfügbar. Ja, dann habe ich noch vier Ankündigungen für euch. Und da starte ich zunächst mit einem Partyspiel. Fast schon ein Klassiker geworden bei uns. Hipster. Und das bekommt die Erweiterung oder Standalone-Version Summer Party mit entsprechenden Sommer-Hits der letzten Jahrzehnte. Und das wird im März bei Jumo erscheinen. Mit dabei natürlich, äh, solche Spiele, äh, solche Lieder wie Mammo No. 5, Lavada, Coco Jumbo und so weiter, nur um einige zu nennen. Ja, Schlagerparty war ja nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, überzeugend. Äh, da war ich dann doch, äh, sehr skeptisch nach dem Spielen, aber da werden wir nochmal extra darüber berichten. Das hat uns irgendwie nicht so ganz abgeholt. Und ich habe schon gesehen, es ist auch was Neues bezüglich Hitster, irgendwie Hitster Bingo oder so irgendwas auf, äh, in Nürnberg gezeigt worden. Ich bin mal gespannt, bis es da dann finale, ähm, Ankündigungen auch gibt. Ja, dann habe ich zwei, ähm, ja, Neuauflagen, beziehungsweise jetzt erstmal eine Big Box, und zwar eine, äh, Big Box zu Nussfjord, das, äh, ja, Kenner-Expertenspiel von Uwe Rosenberg. Das bekommt eine Big Box, und das ist ja ein, äh, Spiel für ein bis fünf Personen ab zwölf Jahren. Und hier ist natürlich in der Big Box einiges mit drin, nämlich das Grundspiel, zwei bereits veröffentlichte Erweiterungen, das Schollen- und das Lachs-Deck, sowie brandneue Erweiterungen, das Forellen-Deck und das Besueken-Deck, was auch immer, wird vermutlich auch wieder ein Fisch sein. Zusätzlich neue Gäste-Meepels, und, ähm, ja, das zum Thema Nussfjord und der Big Box. Dann habe ich eine Erweiterung, nämlich zu Mischwald. Das muss ich ja auch mal endlich spielen, oder erst mal mich drum kümmern, dass ich das Ganze habe. Und dann spielen Mischwald, erhält nämlich die Alpin-Erweiterung, und das ist nun die erste Erweiterung zu Mischwald. Mischwald und auch die Erweiterung sind für zwei bis fünf Spielende, ähm, und als mit 60 Minuten Spielzeit ist jetzt die Erweiterung angegeben. Und, äh, diese führt uns natürlich in alpine Regionen und bringt uns hier neue Lebewesen und neue Bäume. Und ich bin definitiv gespannt, überhaupt mal Mischwald zu spielen. Dann, ich habe gesagt, noch eine Neuauflage und das ist die Neuauflage eines Knizia-Spiels, das den Golden Geek Award 2013 gewonnen hat. Auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres 2012 war damals hieß es Indigo und war unter Ravensburger veröffentlicht worden. Und nun kommt das Ganze, äh, bei Korea Board Games und trägt den Titel Butterfly Garden. Äh, es ist quasi neu aufgelegt. Es handelt sich dabei um ein Zwei- bis Vier-Personen-Spiel. Ab acht Jahren bietet mit einer Spielzeit von 30 Minuten eher ein abstraktes Spiel mit Schmetterlingen und Wegen. Er erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt das, Zuro, äh, dieses, ähm, Wege-Bauspiel. Es ist ein Blättchen-Legespiel, ich habe es gesagt, dass, äh, ja, genau, Zuro, ähm, Elemente wie Metro, Zuro, Linie 1 aufnimmt. Und, äh, ja, wir Edelsteine über das Spielbrett bewegen, um sie zu zielen, zu leiten, um entsprechend Punkte zu machen. Ähm, ja, sieht auf jeden Fall von der Aufmachung irgendwie cool aus. Ob es mich dann abholt, ich wage es zu bezweifeln. Aber das ist ja auch so ein bisschen ein Trend, der in den letzten Jahren immer stärker wurde. Neuauflagen von Spielen und die nächste Neuauflage und nochmal eine Neuauflage. Ähm, man könnte teilweise auch das Gefühl bekommen, den Autoren oder besser gesagt den Verlagen geht teilweise so ein bisschen, äh, die Idee aus. Also muss man mit Neuauflagen kommen. Man sieht das auch auf Kickstarter, dass, äh, Spiele immer wieder Neuauflagen bekommen. Und ich glaube, da könnten wir auch ein Talk-Thema dazu machen. Denn, äh, Dennis hat ja mit, äh, Damnation ein Spiel gespielt, das quasi überarbeitet wurde aus den frühen 90er Jahren. Und, äh, das ist ja auch nicht ganz so, wie soll ich sagen, gut weggekommen. Ja, vielleicht kommt was besser weg in den Schnipseln. Und da machen wir jetzt den Schwenk, äh, Dennis mit schnipseligen Abschlüssen. Äh, was gibt's Neues? Ja, kommen wir zu den Schnipseln. Nun, hier haben wir, hm, ein paar Sachen von Ravensburger. Ja, Matthew Dunstan hier wieder mit dem Spiel Minecrafts Explorers für 1-4 Spieler. Dann haben wir hier Gartengauner von Fabrice Chassal und Amonti Perron für 2-4 Spieler. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam aus, das, äh, ja, das Design hier. Villainous bekommt, äh, Abschaum und Verkommenheit. Und hier sieht man noch so ein paar kleine Spiele, die hier abgebildet sind. Des Weiteren haben wir hier Math Path Monster, ähm, von Christopher Chaffees, ähm, ein Co-Spiel, das im Februar 24 kommen soll. Dann haben wir hier Eris Games, die War of the, äh, War of the Ring, the Card Game, und zwar Fire and Swords bringen. Des Weiteren haben wir hier Viking Root, ein 1-4 Spieler von Guido Albini. Ähm, ja, äh, schauen wir hier unten, Altei, ein weiteres, ähm, Spiel, was, ähm, Moment, schauen wir mal. Äh, hier, genau, 2-4 Spieler und das ist von Paolo Mori und Ole Steines. Ähm, ja, nicht Final Cover, okay, aber man sieht schon so ein bisschen vom Artwork, sieht interessant aus. Des Weiteren haben wir hier unten Peter Ridgway's Builders of Sylvandale haben wir hier. Ähm, ein Spiel, das, äh, ja, Teil, äh, 3-Dimensional Placement Game, ähm, und, ähm, ja, genau, Teil Placement, nein, also, Cut and Place New Buildings Teil, so, top, of, ähm, an ever taller tree in the forest. Bin gespannt, wie das dann auf dem Brett auch aussieht. Dann haben wir hier, ähm, Barbarian Kingdoms von Christopher Lebrun und, ähm, First Time Publisher Jester Crowdfunded in, ähm, 2022. Äh, das ist ein Spiel für 3-6 Spieler. Hier sieht man schon so ein bisschen das, äh, Gameboard. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. So, hier haben wir NSV schickt hier Sideboards von Hartwig Jakubik, äh, ins Rennen, äh, wer denkt schon in Schubladen, auf jeden Fall witziger Titel. Dann haben wir hier, ähm, Naughty Gnomes und Six of, okay, äh, Naughty Gnomes Games bringt hier etwas. Hier haben wir ein kleines Bild von Schafkopf und hier ein paar japanische Titel. Und, äh, Bottle Imp, ähm, sieht auf jeden Fall auch irgendwie sehr cool aus, auch von dem Kartendesign. Tichu, auch etwas, was man hier sieht, was dann 2024, ähm, kommen soll. Hier sieht man ein bisschen was von dem neuen Hotel, ähm, ein paar Bilder. Dann haben wir hier, ähm, For the Queen von Evil Head Productions und Heart of Crown, auch wieder was etwas mit, äh, einer Queen zu tun hat, vielleicht. Ähm, auf jeden Fall hier von Japan Army Games. Dann Keystone Nordamerica kriegt eine Second Edition und auch eine Coastal Expansion. Design hat sich jetzt halt geändert, ein bisschen malerischer das Ganze. Okay, gut. Dann haben wir hier World Order Arrayed for Global Head Money. Ähm, das wird ein asymmetrisches Spiel mit zwei bis vier Spielern und, äh, Socio-Economic Groups. Mhm. Designer ist Vangelis Baggiatakis und Vanavas Timoto. Und soll 2024 erscheinen. Über Triumph haben wir schon im Kickstarter letztes Mal gesprochen. Und Jewels for the Emperor Penguin. Ja, natürlich. Sieht auf jeden Fall hier sehr lustig aus von Art der Pinguine. Ja, ganz schön clever. Erhält jetzt eine Deluxe-Edition. Ähm, ja. Bin gespannt, wie das dann aussieht. Gibt es dann Miniaturen dazu? Ich weiß das nicht. Äh, äh, es gibt es auf jeden Fall schon auf Amazon, äh, zu kaufen. Ähm, gut. Okay, ja. Silver haben wir schon gesehen. Ready, Set, Bet. Erhält ja jetzt sozusagen eine neue Kampagne. Und das Ganze, es wird dann noch ein bisschen deluxe-ified. Ja, muss man mal sehen, ob da auch was, äh, auf Deutsch dann in der Deluxe-Version dann kommen wird. Als letztes haben wir hier, ähm, die Catacombs Fortress of Nazemore. Äh, sieht auf jeden Fall sehr urig aus, das Ganze. Ähm, es soll 2024, ähm, kommen von Publisher Elsra. Und es, äh, reiht sich in die Catacombs 3E-Series ein. Des Weiteren haben wir hier von Elsra, äh, Elsra Battlefields. Und, äh, von Ivan Burgos und Aaron West. Dann haben wir Foundations Metropolis. Da hat man schon mal ein bisschen was gehört. Von, ähm, Amazon Matsuchi ist da mit dabei. Ähm, der, äh, Foundations of Rome gemacht hat. Und jetzt kommt hier Foundations of Metropolis. Im November 23 wurde das sozusagen angekündigt. Soll für Q324 erscheinen. Des Weiteren haben wir hier Ticket to Ride Paris. Ja, da sieht man noch was. Und da wird doch gleich jemand hellhörig. Aber ich gebe wieder zurück zu diesen jemanden. Und auf geht's zurück zu dir, Benni. Ja, und das war's mit den News aus der Brettspielwelt. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Abonnieren und Kommentieren. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Woche für Woche mit dabei seid und hier reinschaltet. Ja, ähm, was habt ihr denn so am Wochenende vor? Was ist bei euch geplant? Lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Äh, ich werde ein bisschen Regeln lesen. Und, äh, am Montag steht dann bei mir endlich die erste physische Partie Root an. Da freue ich mich total drauf. Auch toll, dass der Sven sich da bereit erklärt hat, uns da durchzuführen und uns das Ganze nochmal zu erklären. Ich hab's ja bislang nur in der App gespielt und da gelernt. Und freue mich jetzt auf eine physische Partie am Montag. Und da werde ich dann natürlich beim nächsten Aufgetischt davon berichten. Jetzt erstmal euch ein schönes verspieltes Wochenende. Macht's gut. Und, äh, wenn ihr weitere Videos von uns schauen wollt, findet ihr die hier. Und, äh, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.